Hi Leute, hier ist der Mannin von Corporal Shred nochmal. Willkommen beim Teil 2 unserer Studio-Doku. Ich habe heute ein paar Gitarren aufgenommen auf Bastis fertige Drummixes. Und wir haben euch noch ein paar Mitschnitte gegeben, die ihr euch jetzt angucken könnt und schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommt auf das, was euch so erwartet. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis bald! Alright! Bis bald! 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 Vielen Dank.